Hallo liebe Leute, wir sind hier in Diablo 4 unterwegs bei Dür Dülra und wir haben hier eine Nebenquest zu machen. Die bekommt ihr erst, wenn ihr das Gebiet als Schliffpunkt freigespielt habt. Wir gucken uns mal an, was die Quest macht. Braucht ihr Hilfe? Heilende Natur. Wenn ihr mir sagt, was ihr braucht, dann will ich es finden. Das wäre eine riesige Hilfe. Danke. Hier ist die Liste. Doch, eine kleine Liste. Wir würden alles in der Nähe des Lagers finden können. Auch noch eine Liste. Toll. Ich finde den Album weg. Wo war es da unten? Okay. Bitterblattwurzel, Spektralessenz und Waldwestenburger. Okay, na dann. Hier ist das Erste. Hier ist Bitterblatt. Hier haben wir die Spektralessenz von den Geistern. Jetzt müssen wir noch die baldbesten Burke finden. Das ist ein Geistern. Das ist ein Geistern. Von dem Reulermus. Das ist auch nicht. Hm. Müssen wir mal gucken. Müsste vielleicht irgendwo hier auf der anderen Seite sein. Ich zieh noch ein Stückchen hin. Ich weiß nicht. Hmm. Hmm. Ah, da ist es. Also es droppt von den Bäumen, ne? So. Da hinwarten. Jetzt mal wieder runterlaufen. So, jetzt sind wir hier bei ihr. Immer dir nach, Schwester. So, hier ist sie jetzt. Direkt hier außerhalb ist er. So, jetzt wollen wir mal die Blutspur suchen. Und dahinter laufen. Schauen wir mal. Und Schreino, das ist hier. Blutspur führt in diese Richtung. Jetzt müssen wir hinter. Ja. Okay. Jetzt sind wir hier hinten, einfach mit dem reden, mit Altan. Okay. 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 So, wir müssen mit ihr wieder reden. Somit ist die Quest abgeschlossen. Wir bedanken uns von der heilen Natur und wir sehen uns im nächsten Video. Tschau Leute!